so leute es geht weiter mit einer neuen folge outlasted hast du das gerade gesehen der typ der gerade hin und her läuft der hat gerade seinen kopf voll gegen jemand geschmettert das war das was wir auch gerade eben gehört haben als wir da oben waren ja 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 und dabei noch am sack kratzen nicht mehr, das ist das nicht, sie haben uns wartet in diesem Ort, wie Billy hat er immer hier entstanden, dass sie hier immer sind nein, der Arme wir hätten eigentlich nur in die anderen Räume gehen sollen wegen Notizen und so weiter denn der Rack bestimmt was kommen na dann ne die ist noch sauber oh so viel zu sauber was hat der für Probleme mit dieses Brummen ne hallo inspektion rettenkontrolle ja, sieht in Ordnung aus weiter schlafen ok ok weitere Blätten runter ah ok ok da geht es anscheinend gleich weiter was haben wir noch hallo aber aber trotzdem ja ok Junge Junge willst du Stress? Reloading hier hier sieht alles ok aus auch nix ja ok ah wir schon? da warste schon ok 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 zeige dir mal hier durch Junge such dir Hilfe oder Hobbies nein nein hier kommst du nicht durch kommst du nicht durch kommst du nicht durch du musst dir mal vor so ne Wand stellen wo der gegen schlägt mit seinem Kopf äh 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 stell dich mal vor die nächste Wand wo der gegen rennt ok ok wir sehen was er da macht ok ok nix k da k nix hop auf ok gott go du du morgens dein wie es geht mit dir ist? was du nicht kommt an den du ne liegere ich bin verletzt du verdammter perverser klar du knallst eine Leiche mach doch weiter mach doch weiter ich hab kein Problem damit die Klappe der Leiche und richtet sich darüber auf dass es pervers ist zuzusehen Junge wir urteilen nicht mach doch weiter nekromantie dieser verdammte Ort ganz ehrlich dieser scheiß Ort Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen das ist aber auch ein bisschen hart gesagt ich mein ja hey hey oh I ok hat der Angst vons haha wir sind halt mal jetzt abschulden krasser Fickersenwert wir sind mal jetzt fucking abschulden jeder hat Angst ich weiß gar nicht mehr beim Rennen konnte man sich auch irgendwie umdrehen ich weiß nicht wie das geht kannste das nicht aufheben was da liegt oder ne das ist das ein Splitter noch passt so aus wie so ja ja dachte ich auch so kurz das habe ich hingeguckt aber da gehts auch nicht weiter ok da waren noch die nackten Männer wir müssen jetzt zu den nackten Männern hin ja ich werde die scheiße eigentlich hier konsoliert ey ich werde die scheiße eigentlich hier konsoliert ey voll dem Blut ok so was ist denn Spaß ne 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 oh äh 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 ä zucker durch den Abfluss durch den Abfluss down the drain down the drain ach immer gleich lang oder? hä? erstmal umgucken was noch so ist und dann gehts ja gleich lang Dokumente die sind lustig oh Vater Martin Patient sogar der ist sogar als Patient eingestuft äh stuft Helen Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben damit ich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann bei Patient Martin Arschimbaud hatte seine Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzählt noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine so schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen lassen sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen die wenigen Dollar die sie bei der Farbe einsparen werden von den Kosten für das Klozapin mehr als geschluckt ich verstehe den Druck dieses Spiels nicht außer Merkhoff möchte erreichen dass sich unsere Verzillen immer weiter von der Realität entfernen bitte sagen sie mir wie ich weiter vorgehen soll Dr. Neil Wolfram wir fliegen wir fliegen nach unten wow laut Achtung ach wir sind ein Gott wir sind der wallrider wir sind ein Geist und und Geisterkräfte sind weg ähm Verfolger das heißt wir kriegen Verfolger So, jetzt ist die Frage, die du willst. Ich dachte gerade, du hast die Tür so aufgeschlagen. Sie waren nicht Experimenten. Sie waren Rituale. Eine Konjuring. Du spielst doch am anderen Mal krank. Okay, wir haben hier viele Möglichkeiten zum verstecken. Das heißt, wir werden gleich verfolgt. Yay! Stimmt, wenn wir uns nicht aufgenommen haben. Was? Was passiert da? Willst du wieder reingucken? Ein Fädelchen entdeckt werden. Da hat gerade einer auf irgendeinen eingeschlagen. Das ist cool, Mann. Ich glaube, du bist ein harter, Junge. Ich glaube, der will mich schlagen. Wo musst du langen? Ich weiß es nicht. Tschöööö. Oh, vielleicht verfolge ich dich jetzt direkt noch nicht. Vor richtig, was ging es um die Ecke. Ich muss da aber nirgends mal rennen, vielleicht bleibt da noch irgendwas. Hallo. Okay. Jaaa! Wuhuuu! Tonalala! Ich bin der beste Parcourmeister auf der Welt. Ja, klar! Wo bist du denn? Aaaaaaah, hallo! Au, 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 au. Nein, 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 nein. Hab ich nicht, hab ich nicht, ich lebe noch. Immer noch? Ich bin meins fucking Abschur. Wer ist das denn? Ich bin krass drauf. Ich bin der beste Parcourläufer. Ich halte alles aus. Boah, da kommt der Zustände nicht irgendwo. Alter, wie unten ist das? Ich hab's drei Heels ausgehalten. Und ich vorweg beim ersten Down. Das sind mein Lappen. Junge! Atme! Ich hab das gesehen. Wie konnte es gekonnt. Sind sie noch drin oder ist es wieder nach draußen gegangen? und das war draußen aber der Dokumente von der Batterie auf dem Knopf drücken schweißen Maschinen wir können sie mir sehen dass die Leute sehen können das war so mit den Kameras die so beobachten jetzt ist nur die Frage was ist in dem Roller Zuch über der YouTube gerade stand ich glaube er kommt NEIN ach so ich dachte jetzt kommt der Fette was ist da drinnen? gleich da kann es gut drauf es ist Batterie! my only love easy bruh die willst du machen? easy kannst du jetzt in den anderen Raum noch rein? nice Batterie okay jetzt haben wir keine Batterie mehr lauf noch schnell lauf noch ok ich will gar nicht wissen was das war ich will gar nicht wissen was das war die hallo wir haben jetzt volle Batterie Kapazitäten ähm wie viele verbraucht denn immer? eine oder zwei 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 ne die 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 das war so klein ha 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 die kleine Pimmel ha 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 er war so klein ha 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 die kleine Pimmel ha 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 mann der auf der 60 und erläuft das ist schon wieder entstörte die folge kannst du mal unten gucken? aber waren wir nicht gerade eben hier unten? ja so klein ist die Welt, ne? oder du kannst... das ist vielleicht wie bei Resident Evil, dass die Türe von Ihnen verregelt ist? ne, 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 kann ich nichts machen hier das muss aufgenommen werden das muss aufgenommen werden was soll ja eigentlich den Blut freuen? ich weiß auch nicht woher also ich dachte schon, das wäre der Fett zu dieser ich hab das ist der Robo ich hab das ist der Robo ja klar, die brauchen wir das ist der Robo das ist der Robo das ist der Robo das ist der Robo aber kann ich das irgendwie aufnehmen mit der Kamera? ja, guck mal hier, Verrückte, alle bringen sich um was bist du denn für ein Reporter, ey? was bist du denn für ein Reporter, ey? ah, da kommen wir gleich durch ja, aber wir müssen testen, ne? aber wir müssen testen, ne? alle kommen durch den Duschen ok Wie groß sind denn die Duschräume dort, dass du da rumkommen sollst? Sind die dumm? Ihr seid? Ich würde am liebsten ja loslassen. Das ist nur ein paar Meter, das schaffen sie. Wie weit ist das bis nach unten? Ja guck mal hier, nur ein paar Meter. Wie ehrlich? Mais fucking abschubelt. Aber warum will der denn jetzt da drinnen bleiben? Ach, übrigens. Ich weiß, der Fall ist rum. Ich würde aber vielleicht einen geeigneteren Ort zum Speichern finden, oder? Ach so, stimmt. Ist das okay. Aber, die sind auch ziemlich dumm, oder? Der ist verschwunden, der ist durch Fenster. Der ist verschwunden. Seid vor den Augen noch. Ist das irgendwo ein Spind oder so, oder ich rein schwenken kann, oder was auch immer? Ja. Keine Batterie, nix. Ob man die einfach so speichern... Da speichern willst du noch, durch die Tür, ich weiß es nicht. Wenn es besser wäre. Aber rach halt so aus, oder? Ja, genau. Dann kannst du vielleicht da drinnen speichern. Gehst du da rein, du hast die Tür hinter dir zu und dann... Okay, ne? Dann war es das erstmal. So, das war es mit der vierten Folge, vielleicht auch mit der Aufnahme. Mal gucken. Wie essen jetzt Pizza? Pizza, 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 Pizza. Passe Krabbe Pizza, ist die Pizza für dich und mich? Ich muss die nächste Folge machen, ich will dich. Ich mag das Spiel natürlich. Ich mag... also... Ja gut, ich kann... Ah, es ist gut, aber... Deswegen, wir haben... Das ist da schon ein paar Jahre her, jetzt kennen wir das schon, großteils. Aber er hat halt mit Alzheimer behaftet und... äh, geschl... also gestraft und hat alles schon wieder vergessen und... Ja, das ist... ich hab viel von dem Spiel schon vergessen. An einiges hier konnte ich mich noch erinnern, aber... zum Großteil weiß ich nicht mal, was hier abging. Ich kann mich an alles erinnern. Scheiße. Fast alles. Das ist hier und da Spaß. Es ist umgekehrt zu Resident Evil, weil viel wusste ich da schon. Okay. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ciao. Au. Dann muss ich mir drin lassen. Okay. Ciao. Ciao. Dann geht's. 段 Untertitelung des ZDF, 2020